Auch beim Obers in der Alpenstraße bilden wir Lehrlinge aus. Einer davon ist Stefan und den schauen wir uns genauer an. Servus Stefan. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Was machst du denn da gerade? Ich schaue da den Bremsdruck, bei welchem Borddruck die Bremsen zumachen und das tue ich mit dem Manometer da. Was ist denn dein Lehrbuch? Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik. Aha. Und bist du in anderen Abteilungen auch unterwegs? Ja, in Hagenau, da machen wir Onimux und Elektroautos, da machen wir eigentlich alles Traktor auch. Und jetzt bin ich halt hier oben beim O-Bus. Also bei dir läuft die ganze Fahrzeugpalette der Salzburger geht hoch, oder? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und wo ist deine Berufsschule? In Lein ist die. Also eh nicht so weit weg, oder? Nein, die ist nicht weit weg. Wie kommst du mit deinen Lehrlingskollegen zusammen? Sehr gut, das gefällt mir eigentlich, das gutes Zusammenarbeiten haben wir. Und wir haben da jedes Jahr einen Lehrlingsausflug und das ist eigentlich schon. Ich habe zu Recht einen Gaudi. Ja, da haben wir einen Gaudi. Sehr gut. Mach's gut. Ich will dich gar nicht mehr zerstören. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.